Dieser gebrauchte Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Der schwarze Van ist fünftürig, bietet Platz für fünf Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 24.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, ESP, Bordcomputer, Wegfahrsperre, Einpackhilfe und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 101 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Fertig. 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 Vielen Dank.